hallo und willkommen zu einer aufnahme von minecraft überleben solange schon keine mehr gehabt das waren zeiten aber ich habe weiter gebaut offline so gut ich konnte und hab was ganz schön hingezaubert würde ich mal so sagen das ganze leckt etwas weil das mut schon so lange nicht mehr gelaufen ist er zeigt mir aber andere die eigentlich hier 40 frames und ja ich habe etwas weitergebaut hier so ein paar baum ich schon dekoriert jetzt habe ich auch eine sozusagen eine abwehr hier habe ich mir ein paar nantiakos gekraftet ich kann euch gleich mal zeigen wie man die macht einfach ganz einfach kriegt man noch 20 stück raus und so ich habe das system ausgeschaltet deswegen da hinten sieht es ich rede etwas anders da weil ich habe eine zahnschwange deswegen entschuldigt das ich habe einen stock ich hoffe es euch gefällt euch mal wieder dass es minecraft überleben gibt es gab jetzt schon so lange so so lange kein minecraft überleben mehr ja aber ich musste sehr viel weiter bauen und mein aufnahmeprogramm hat auch einfach nein gesagt das hat die ganze zeit rumgespinnt und zwar hat gesagt du willst weitkraft aufnehmen darfst nicht minecraft ist jetzt bei uns verboten dann stand ja die ganze zeit ja kunden bitte melden sie sich an die kundenbetreuung und so nennen ist mir das langsam auch hat mich das halt langsam genervt und ihr wolltet minecraft überleben und ich wollte weiterspielen weitere youtube videos von minecraft machen und ja jetzt hat sich herausgestellt dass ja es jetzt weitergehen wird mit minecraft überleben und ja in der zeit wo wir aber wo ich keine minecraft videos aufnehmen konnte habe ich fleißig gefahren und die minecraft weitergebracht weil ich wusste dass ich es noch hinkriegen werde jetzt fragt ihr euch wie mache ich jetzt die neuen videos also nicht mehr mit dem alten programm sondern ich habe mir extra ein neues gemacht und ich schwebe gerade jedes mal aufgefallen und das finde ich ganz cool dass man jetzt wieder sie jetzt mit einem anderen programm das ganze hier aufnehmen also entschuldigt falls es hier noch ein paar bugs gibt das ist jetzt das erste mal und ja hoffe es geht heute wollte ich eine kleine timelapse machen ich hoffe also eine kleine werde jetzt so ein bisschen musik hören ich werde noch etwas an der burg weiter bauen aber erst machen wir uns hier die ressourcen und nur so zur information minecraft überleben versuche ich jetzt beinahe ach es scheiß jetzt auf die sachen und mir ist noch was aufgefallen leute und zwar dieses gaspads ist besser als ich gedacht habe also habe ich jetzt nicht erwartet gehabt und zwar aber leider braucht man ein place powder um das ganze ding hier anzutreiben und ich weiß dass man mit einem dieser pads auch fliegen kann aber hier habe ich auch noch ein bisschen weiter gebaut und zwar jetzt werden wir nicht sterben ach ich werde sowas von sterben deswegen ist mir das schon wieder klar aber ja Ich kann doch so rusten. Das ganze leckt noch total. Hier ist eine kleine Autostraße von mir. Aber das ist sehr fies für das Aufnahmeprogramm hier. Das ist jetzt das erste Mal, also entschuldigt mich. Ich muss mich auch noch reinfinden. Die Dateien so umstellen, dass es nicht mehr so leckt. Boah, es ist mir jetzt echt leid für euch. Augenkrebs pur. Wo bin ich jetzt schon wieder gelandet? Boah, das ist doch gar nicht. Ich habe unsere Lavasie etwas ausgenutzt, um etwas verbreitet sozusagen. Aber um diese ganze Druck hier herum. Das ist sehr anstrengend. Aber, ja. Das sieht man noch mal. Einen kleinen Ausschnitt. Ach, nein, nein. Ich will mich schon wieder sterben. Ich werde die ganze Zeit sterben. Dann zeige ich das euch einfach mal anders. Palästenser. Das war von früher noch die Waffe. Okay, das ist immer noch gleich. Alter, da geht es immer noch nicht mit dem brutalen hier. Es ist einfach ein Bug. Oh, jetzt habe ich das mal noch abgebaut. Heute ist echt ein chaotischer Tag. Aber ich wollte euch nur informieren, dass heute... Ja, wie soll man sagen. Es gibt eine neue Folge von Überleben. Niemand hätte das gedacht. Ja. Da sieht man mal wieder, was ich alles so schaffe. Ah! Ah! Hilfe! Schneid das Loch! War da gerade ein Command Block drinne? Leute, war da gerade... Was war da gerade drinne? Ist mir jetzt egal. Ich mache jetzt kurz auf peaceful. Ähm... Leute, ihr wisst schon, dass ich das jetzt nicht war. Und was ist da hinten drinne? Wieso... Was ist das? Ich kann hier... Okay. Und was ist... Wem gehört das? Ich will nicht wissen, wem das Ganze hier gehört. Hoffentlich begegnen wir den nicht. Bye, bye, Leute!